Wollt ihr jetzt euch betrinken oder wollt ihr früh zu Bett gehen? Wie hättet ihr es gern? Ich wäre es ein kleines Training für unseren Ritter und dabei schaue ich zu dem neuen Herrn Karinor. Ich brauche kein Training, ich trainiere seit 20 Jahren. Mit welcher Waffe wollt ihr denn ziehen? Euer anderthalb Händler ist doch zerstört oder nicht? Und ich habe noch einen ganz hervorragenden Streitkolben. Ebenso habe ich noch einen Nachtwind aus Maraskan. Aber es ist eher ein kleines Messerchen als alles andere. Ihr habt eure Waffe verloren, wie das? Im Hals eines Karakils. Aber warum erzählt Rommelie nicht die Geschichte? Schließlich hat sie sich dort ordentlich mit Ruhm bekleckert. Habt ihr das? Nein, Ruhm würde ich es bei weitem nicht nennen. Auch wenn es vielleicht auf den zweiten Blick so scheint. Was wir da standen und den Viechern ins Maul blicken, sah es auch auf den ersten Blick schon so aus. Erzählt ihm, was ihr gemacht habt. Nun, ich habe einen der Karakile dazu gebracht, seinen Artgenuss zu verfleischen. Wie habt ihr das fertiggebracht? Ich bin auf seinen Rücken gestiegen, habe seinen Reiter abgeworfen und ja. Mir eingeredet ist er ein ganz gewöhnliches Tier, das man abrichten kann. Rommelie sieht gerade selber so aus. Muss bekloppt sein. Für die Geschichte würde man euch in jeder Hafentaverne rauswerfen. Aber sie ist wahr. Wir waren schließlich dabei. Ah, erstaunlich. Ich habe selbst noch nie einen Karakil gesehen, doch ich hörte, sie sind groß wie Perldrachen. Ich habe auch schon einen Perldrachen gesehen, aber die Größe mag hinkommen, aber es ist kein Vergleich, sie nebeneinander zu sehen. Und der Klang. Aber nun gut, wir sind nicht hier, um über die Schrecken der blutigen See zu reden. Dafür werden wir bald wieder genug Zeit haben. Ulva. Dann sollten wir wohl zeitig zu Bett gehen. Das wohl. Dass ihr ausgeruht seid für euer Treffen. Ja, hat sonst noch jemand was vor? Wenn ihr ins Bett gehen wollt. Ach, man sah übrigens während dieses ganzen Gespräch sehr konzentriert aus. Er konnte dem Gespräch wohl nicht wirklich folgen. Und dann nickt er einfach nur, als ihr zu Bett gehen sagt. Und dann sagt er auch, Bett. Bett. Haus, Gasthaus. Ihr könnt hier nächtigen. Wir haben noch in den einen oder anderen Platz frei. Ah, danke. Ich werde wohl das Hotel noch für eine weitere Nacht beanspruchen. Ich dachte, ihr nächtigt bei der Frau Händlerin. Oh nein. Ich wollte ihre Gastfreundschaft nicht zu sehr beanspruchen. Derweil auf dem Schiff. Er verleihend sinkt gerade keuchend zurück auf die Planken seines neu ausgehobenen Treppenhauses. Wartenberg hat wohl gerade das Bewusstsein verloren, jetzt nachdem das Adrenalin aus seinem Körper gewichen ist. Und das Bein blutet langsam aus. Du meinst Hasswolf? Hasswolf, Entschuldigung. Habe ich Wartenberg gesagt? Ja. Äh, ich beginne zu schreien. Hilfe! Ein Arzt! Hilfe! Hilfe! Und, ähm, ich, ich, äh, schließe Hasswolf in meine Arme und bekomme dann diesen, diesen Schock, ah, und weiche von ihm zurück. Wo bleiben die Sanitäter? Mhm. Äh, ich gebe dir nochmal drei SP dafür, dass du Hasswolf die ganze Zeit gezogen hattest und, äh, dich der Schmerz eines Swaffnirgeweiten dann doch sticht. Alles klar. Dann kommt Myria zusammen mit Frieda. Äh, was, was, was ist denn? Was ist denn hier los? Sie schaut auf das ganze Blut, was hier verteilt ist, auch noch ein bisschen Schneckenschleim. Äh, sieht da an dich. Und, äh, beide eilen herbei. Sie, sie sind gegen mein Rat, gegen ein Befehl in, in, in den Raum mit dem Tod zu den Niederhüllen. Was? Die Inquisitorin. Was ist hier los? Sanitäter! Er, er blutet aus. Wo bleibt ihr? Ja, äh, Frieda, äh, äh, nimmt dann Hasswolf, versucht ihn dann so ein bisschen zu, zu stemmen. Myria schaut dich an. Brauchst du Hilfe von mir oder kannst du es alleine? Du blutest aus Nase und, und in Ohren. Was ist passiert? Ich bin unverletzt. Schafft ihn. Wir müssen ihn runterschaffen. Ja, sie, sie schaut so an dir runter, sieht das wohl deine Rüstung, die weiße Öffernhaut, Rüstung, ähm, in, in der Mitte sapst du so ein bisschen, so ungefähr auf Höhe des Bauchnabels. Seid ihr sicher, dass ihr, dass ihr nicht verletzt seid? Ich, ich greife mir mit der, also in der einen Hand habe ich das, äh, das Schwert, in der anderen greife ich dann zu meinem Bauch, äh, mehr um, äh, diesen Fleck, äh, zuzuhalten, beziehungsweise so zu tun, als hätte ich eine, eine Magenwunde. Ah, sch, schafft ihn auf die Krankenstation. Ich, ich hole ihr Heiler. Komm, komm, Frieda. Ja, los. Beide mit Hasswolf auf den, äh, Schultern, eine links, eine rechts, in Richtung Krankenstation. Ich blicke noch einmal zur, zu, zu gewachsenen Tür, zu dem Raum der Niederhöllen und denke an den Pfeil des Lichts, der sich noch dort dahinter befindet. Oder befand. Ja, dann, so nach ungefähr zwei Minuten, kommt auch einer der Sanitäter angelaufen. Äh, mein Herr, was, was kann ich für euch tun? Ich habe von den, von den beiden Knappchen gehört, dass ihr verletzt seid. Wo sind die anderen? Es ist nichts, nur... Ich würde auswischt sich hier ein bisschen Blut von der Nase weg. Wie, wie steht es um Hasswolf? Ihr, ihr, ihr habt eine, eine Bauchverletzung. Das, das muss sich jemand ansehen. Kommt, kommt mit auf die Krankenstation. Ja, und ich, ich, ich schlag, äh, den, den hilfenden Arm, den der, der Feltrayer, äh, mir reicht, weg. Ja, ja, ich komme ja schon. Äh, komm, komm mit, komm mit. Ja, er eilt, er eilt ein bisschen nach vorne und, äh, würde dann warten, bis du nachkommst. Äh, ich, ich bereite ja einige Kräuter vor. Das muss, das muss, äh, wir werden euch verbinden. Das wird alles wieder gut. Ihr, ihr steht nur unter Schock. Ähm, wir, wir müssen eure, eure Lederrüstung aufschneiden. Kommt schon, kommt schon. Äh, ich, äh, ich, äh, ich gehe ihm langsam hinterher, schnalle das, äh, Schwert wieder auf meinen Rücken und, äh, auf der Krankenstation werde ich nach Hasswolf schauen. Ja, äh, zwei Fälscher, Wundheiler, kümmern sich dann direkt um das Bein von ihm, äh, haben dann so ein paar kühlende Salben und sowas bereitgelegt, ein paar Pasten und Tunken. Äh, die beiden Frauen stehen wohl daneben und, äh, schauen besorgt zu. Und der dritte, äh, zieht dich dann so ein bisschen weiter zu einem Bett. Du kannst sehen, wo wohl daneben Ugdan liegt, und zwar stocksteif. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Stocksteif. Wenn der Fälscher dann diese Wundsalbe bringt, äh, nehme ich sie ihm direkt ab, ich reiße sie ihm aus der Hand. Äh, das kann ich selbst. Was ist, was mit, was ist mit unserem ersten Mart? Er liegt schon etwas länger da, äh, keine Sorge, ihm, wir wissen nicht, was mit ihm los ist, aber es geht ihm wohl, naja, äh, einen Moment, ich hole eine Schere, äh, oder zieht sie euch am besten selber aus. Soll ich euch helfen mit den, mit den Verzögerungen hinten? Das war ein Befehl, ich schaffe das selber. Nun, wie könnt ihr sagen, dass es, dass es ihm gut geht, wenn ihr nicht wisst, was er hat? Es ist irgendetwas Magisches. Etwas Mag, ach. Wir haben dem Pfeil des Lichts gesagt, dass, äh, er wollte sich wohl darum kümmern. Der, der Pfeil. Er wird sich darum kümmern. Geht hoch auf die Offiziersbrücke, ruft nach Magistra Kohlrab, sagt, ich erbitte ihre Anwesenheit, sie wird auf der Krankenstation benötigt. Ähm, äh, ja, ja, äh, er drückt dir die Paste nochmal in die Hand, äh, auch die Schere, äh, wenn ich euch helfen soll, dann, dann ruft noch einmal und läuft dann los. Ich, äh, ich stelle die Salbe auf einen, einen, weiß nicht, Nachttisch oder so etwas, gehe rüber zu Obdan und beuge mich über ihn. Lege meine Hand auf seine Schulter. Oh. Wo bist du hin, mein Freund? Er ist kalt. Habe ich das Gefühl, dass er überhaupt noch lebt? Hm. Was möchtest du denn tun? Ähm, ich schaue mir das Gesicht an, ich weiß, sind seine Augen geöffnet? Sie sind geschlossen, aber wenn du die Augen aufmachst, kannst du dahinter wohl Holzstückchen sehen, die sich in seinem Auge bewegen. Ich, äh, stecke den Finger an den Mund und halte sie dann unter seine Nase, um dort auch nur den kleinsten Atemzug zu vernehmen. Hm. Zumindest trocknet dein Finger. Ah. Wir werden versuchen, dich zurückzuholen. Wir brauchen dich, erster Mart. Sinn, Schärfe, Geruch. Ja. Hat das so einen Nachteil? Du hast einen guten Vorteil, hattest du, ne? Ja, ich habe herausragenden Geruchssinn. Ja. Ja. Ähm. Deswegen fragte ich. Hast du nur eine Erschwernis genannt? Nee, wirf immer ohne Erschwernis. Okay, also durch herausragenden Geruchssinn ist so viel erleichtert. Ja, gut. Ähm. Ja. Ja, mehr so aus Reflex, ähm, beziehungsweise, du weißt nicht genau warum, vielleicht Intuition, eher so rum, ähm, kannst du nochmal das an deinem Finger riechen? Das ist kein schlechter Atem, das ist eher Odem, Dendida, Hölle. Ja, äh, er denkt sich, ach, darum muss ich mich später kümmern, ich habe dafür keine Zeit, alles läuft schief, alles läuft schief, warum hört denn keiner auf mich? Und, äh, dann blicke ich rüber zu Hasswolf und wie, Hasswolf hatte ein bereits amputiertes Bein, oder? Ja. Ich meine, also ich meine vorher schon, was ist jetzt mit dem, wie das Bein war das? Achso, Hasswolf, nee, 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 Hasswolf, äh, dem fehlt jetzt gerade ein Bein, also es war kein Humpeln da oder so. Okay. Ja. Äh, dann blicke ich zu ihm und schaue, wie, ja, der, der kleinste Fehltritt in einer lebenslangen Verstümmelung führen kann. Ja, Morians, das müsste so gar nicht passieren. Man hätte sie auch kontrollieren können. Oder sie einfach zurückschicken in das Loch, aus dem sie kam. Aber du wolltest unabhängig bleiben. Eine freie Entscheidung. Und jetzt? Jetzt schauen sie wohl nach deiner Wunde, die du in deinem Bauch trägst. Das könnte sehr unangenehm werden. Aber was kümmert mich das? Deine Seele gehört so oder so mir. Das zieht scharf Luft ein. Irgendetwas hat ihn wohl gerade aufgeregt. Myria, ich bin auf dem Offiziersdeck. Äh, ja, äh, okay. Ich greife noch die Schale mit dieser Heilsalbe und, äh, mache einen Abstecher zur Küche, wo ich mir irgendwie einen scharfen Alkohol besorge. Äh, ein Bier. Ein Bier. Ähm, und verziehe mich dann nach oben. Mhm. Auf dem Weg dahin wirst du von Elysia aufgesucht. Das ist eine dieser beiden Frauen, die Romilly mitgebracht hat. Erfadaios, wir müssen uns unterhalten. Wie drängend ist das? Ich, ich habe gerade zwei, zwei Gefährten verloren und dein Freund liegt auf der Krankenstation. Ein weiterer. Ist das drängend? Nun ja, ich dachte, ich nutze die Zeit, solange Romilly nicht hier ist. Um mit mir zu reden? Um mit euch zu reden? Ich dachte mir, mit euch kann man etwas besser reden als mit den anderen. Eure Wunde dort sieht wohl etwas, äh, schlimmer aus. Nun, äh, kommt doch einmal mit. Sie legt dir, äh, sehr behutsam den Arm auf die Schulter und zieht dich dann, äh, von dem einen Treppenhaus so ein bisschen auf das Oberdeck. Nicht so sehr in Richtung des ersten Stocks, äh, wo dann, äh, irgendwann Kohlrab auf dich zukommen könnte, äh, sondern erstmal raus. In Richtung frische Luft. Also, dieses Mal, was ihr dort tragt, diese, äh, sapschige Wunde. Das könnte jetzt sehr unangenehm werden, wenn die anderen das herausfinden. Aber, ich werde euch nicht verraten. Aber ich wurde verraten und darum möchte ich mit euch sprechen. Nun, es ist nun, äh, offensichtlich, äh, bekannt, dass Romilly eine Hexe ist und damit wurde auch unsere Identität aufgedeckt. Und das ist doch etwas, was ich gar nicht toleriere. Wir sollten uns also etwas überlegen für die kleine Hexe. Wie meint ihr das? Also, wenn es nach mir geht, könnt ihr auf dem Schiff bleiben, wenn ihr für die gleiche Sache kämpft. Aber was meint ihr mit der kleinen Hexe? Romilly oder wer? Richtig. Ich, äh, helfe euch jetzt mit eurer Verwundung, die doch wohl etwas schwerwiegende aussieht. Und dafür helft ihr mir, wenn ich euch brauche und das um Chalvins Thron geht. Ich, äh, trete einen Schritt von ihr zurück. Wollt ihr mich erpressen? Nun, wenn die Magier und die Überlebenden Geweihten etwas von eurer Pakt, von einem Pakt, mal erfahren, dann vermute ich, werdet ihr ganz, ganz schnell brennen. Für den Eingeweihten sollte es doch recht offensichtlich sein, oder? Ich habe gehört, dass Hexen sich mit dem Brennen auskennen. Aber glaubt mir, ich hasse das Feuer genauso wie ihr. Dann sollten wir uns jetzt etwas Ruhigeres suchen und uns gemeinsam unterhalten. Lange habt ihr nicht. Voraus wird sie dann vermutlich zu Romillies und deren Elysias-Gemächern begleiten. Ne, 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 da will sie nicht hin. Da sitzt nämlich Aldara und sie möchte das gerne unter vier Augen mit dir besprechen. Okay. Zurück in Kunjom. Ja, zurück in Kunjom. Ja, ihr habt die Nacht über geschlafen, 22. Zar. Ich möchte gleich früh aufstehen. Früh aufstehen. Ja, früh. Richtig früh. Ich möchte mich erst im Rondra-Tabell. Ich vermute, es werden alle Helden mit dabei sein. Habt ihr euch dann wieder abgesprochen, dass dann auch der Rondrianer und auch der neue See-Fenrich dabei sein darf? Bestimmt, oder? Natürlich. Natürlich. Die sollten da kommen auch mit. Gut, ja, dann kannst du zum Loop-Deal kommt mit. Deal kommt mit. Der Rondra-Tempel. Ich guck gerade, wo der ist. Wo ist denn der Rondra-Tempel? Was müsste die Halle des Feuersturms sein, wenn ich mich nicht über... Feuersturm, Tempel, irgendwas... Ach so, richtig, genau. Mit dem Ingrim-Tempel beisammen. Ja, ich hab da gleich zwei Dinge zu erledigen. Okay, ja, dann wirst du dort verschiedene Geweite antreffen, die dann entweder hämmern mit Schwertern oder trainieren mit Schwertern. Ich nehme Verbandszeug mit, man weiß nie, warum man es braucht. Ich möchte dann auf... Nicht unbedingt den Erstbesten, also wenn der Tempelvorsteher gerade so aussieht, das hätte nichts zu tun, durchaus schon zu dem gehen. Ansonsten ein Rondra-Geweite. Ja, vor dir dann eine sehr junge, geweihte Talion-Melrondra-Lob. Wohl gerade aus ihrer Alkoholuten-Zeit kommt dann auf dich zu. Euer Gnaden. Ja, was kann ich für euch tun? Hoher Herr. Ich werde beim ersten Sonnenaufgang einen Zweikampf ausfechten. Und ich bin hier, um mir vorher bei Rondra, um ihre Gunst zu bitten. Ich hätte gehofft, ihr könntet mich vorher einsegnen. Sie schaut so ein bisschen an deiner Schulter vorbei, lehnt sich dann so ein bisschen rüber und blickt dann da auch Ahmad. Ja, das kann ich für euch tun, wenn ihr mögt. Nun, mein Begleiter wird über den guten Ausgang des Welts wachen. Ich fühle mich etwas unehrlich, ihn gleichzeitig zu bitten, für meinen Erfolg zu bitten. Ähm, also gut. Ähm, Ahmad, würfel doch mal mit deinen Werten und sprich du einfach mal den Schutzsegen für Talion-Melrondra. Weil, naja gut, sie würde jetzt sprechen, aber du darfst sie einmal anleiten. Den Schutzsegen? Mhm, Kamer muss ja nicht absprechen, aber du darfst jetzt Schutzsegen, äh, nicht den Schutzsegen, sondern dann den, ja, den Segen sprechen, den Jalan haben möchte. Ich glaube, es gibt da gar keine Kamala-Wirkung für. Ja, ich glaube auch, das ist nur Fluff. Einfach nur Fluff? Ja, aber ich glaube, da gibt es im Rondra-Wartemäkungen, was ich sicherlich um muss. Also man könnte mit einem Glückssegen oder so über ihn sprechen. Ein Märtyr-Wartemäkungen, weiß ich nicht, was du haben willst. Will ich nichts. In dem Märtyr-Wartemäkungen? Ahmad, pack mal irgendwas aus dem Rondra-Wartemäkungen aus. Ich such gerade. Wären Lieder und Chorele. Ja, das, äh, also Lied nicht unbedingt, aber eher ein Choral, sodass sie da einstimmen kann. Heil dir, Rondra, Himmelsleuen, wie du gleißend gleich dem Feuer, wie die Liebe heiß und teuer. Lammend deinen Wagen längst. Heil dir, Rondra, Himmelsflamme. Dein Blut von Sumus stamme. Nie gezähmt von Gott noch Manne. Allen Kriegern Glauben schenkst. Heil dir, Rondra, Himmelshammer. Nie verschlossen deine Kammer. Wenn am Tore pocht die Ramme. In der Luft der Schlachtruf hängt. Heil dir, Rondra, Himmelsklinge. Der allein zum Ruhm ich singe. Decke den mit deiner Schwinge, der dir zu R sein Banner schwenkt. Uns fehlt der letzte He... Und fehlt der letzte He... Mich nicht, Herrin Rondra, Himmelslicht. Halt mir nicht zu streng gericht, wenn du meine Fahne senkst. Ja, und währenddessen würde Ahmad wahrscheinlich da rituell seinen Vakiv rausholen. Erst sich selbst einmal da den Daumen aufschneiden in irgend so eine dafür vorgesehenes rituelles Opferschale da sein Blut fließen lassen. Dann auch nochmal hier Jalan ranbeten und ihm auch nochmal in den Daumen schneiden und dahin auch ein wenig Blut in die Opferschale tröpfeln lassen. Beziehungsweise würde der dann da die Akkoluten dazu anleiten, das zu machen. Irgendwelche anderen Besorgung. Ich hab echt nichts, ich fürchte ich muss. Heiltränke? Haben wir. Welche Qualität? D. 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 Ja komm, gehen wir und holen eh Heiltrank. Wir haben das, ja. Drachenei wird da hoffentlich was zur Verfügung stellen. Ja, das ist natürlich teuer, du kannst dir dann mal 150% dieses Preises für einen E-Heiltrank raussuchen, wegen der Alchemie, abhängig von den Lebenspunkten. Ja, du weißt ja selber wie viele Lebenspunkte du hast, der E-Trank heilt dann ja, ich glaub alles. Der E-Trank heilt dann ja alles. Ja, genau, das heißt Lebenspunkte von 0 auf voll. Ich mal 2 Dukaten, mal 1,5 oder 150. Genau, gut, 105 Dukaten für diesen Kampf. Ja, ob ihr den dann bei der Drachenei-Akademie kauft, wird man euch, ja, zunicken, bedanken, ihr dürft gerne wiederkommen. Wenn Kasim noch da ist, sagt man kurz Hallo und dann geht's weiter. Kasim wirst du nicht finden, der ist in seine Studien vertieft. Okay. Und gut, wenn noch jemand irgendwas zu sagen hat, wer ist der Moment? Ach, Marc, nick dir einfach nur stumm und grimmig zu. Und dann, mutig voran. Damit schreite ich durch das hoffentlich geöffnete Stadttor. Ja. Sei voran mit euch. Vorbei am Marktplatz, am Tempel der Geschenkenfreude. Hier, wo Rundrigo und Wascher sich die Treue geschworen haben. Am Sklavenmarkt vorbei, da, wo die Zeltstatt der Gaukler sind, zum Antjopaler Tor. Die Stadtwachen haben sich hier versammelt. Wirklich kontrolliert wird hier gerade nicht. Du kannst wohl hören, wie sie flüstern. Denn Blutschluck ist bekannt. Sie flüstern seinen Namen. Trauen sich nicht, ihn laut auszusprechen. Und du kannst dort sehen, wie Blutschluck auf einem kleinen Feld steht. Hinter ihm ein gerüsteter Ritter des immerwährenden Kampfes. Die hast du eben gerade erst gesehen. Chorsöldner, die normalerweise vor der Magierakademie Wache stehen. Blutschluck hat dabei mehrere Waffen. Ein ganzes Arsenal. Aber wenn du dann kommst, wird er sich sein Chorspiel schnappen. Denn du sollst mit der Waffe von Chor gerichtet werden. Blutschluck! Bin hier, um eure Herausforderung anzunehmen. Regel Nummer 8. Stirb, anstatt dich zu ergeben. Das hier wird ordentlich. Borondras Auge vonstatten gehen. Hier sind schließlich Ehrenmänner. Zumindest einer von uns. Ich kämpfe ehrenhaft. Zum dritten Blut also. Ich denke nicht, dass es angemessen wäre, vor Rondras Auge zu kämpfen. Für das dritte Blut, für eine Beleidigung. Ich denke, angemessen wäre hier für maximal das zweite Blut. Das zweite Blut? So etwas solltet ihr auch wissen. Bis, Frau Buhl. China des Bluters. Bruder des Blutes. Also gut. Würfel mal eine Überredenprobe. Überreden? Sie ist erschwert um drei Punkte. Für die fremde Kultur. Weil ihm die Kulturkunde im Blutschluck fehlt. Nee. Mit einem Talentwert von eins. Solide, oder? Ja, überreden ist halt mir ein Minus. Aber du hast gute Attribute, also. Löff die 15 neu. Was ist das? Das ist ja nur die, äh... Ah, Moment. Warte 15, sonst nichts. Stimmt. Nee, nee. Wegen der Erschwernis hat er doch minus zwei. Das heißt, die Intuition hätte auch nicht gut. Es ist nur die, es ist nur die Intuition. Ich warte, dass du deine Reaktion hast. Ja, er schüttelt mit dem Kopf. Blutschluck. Ihr seid der Diener des Gottes der Schlacht, nicht des Duells. Ihr habt kein Recht zu entscheiden, bis zu welchem Blut dieses Duell gefochten wird. Ich kann es genauso wie der Duellant festlegen. Und das dritte Blut ist keine Beleidigung. Wenn es vorher ausgehandelt wird... Nun, es ist keine Ehre da drin. Es ist keine Ehre da drin, in einem Duell zu sterben. Es bringt weder euch etwas, in diesem Kampf zu sterben, noch bringt es Yalan etwas. Ihr wird die Ehre verteidigt. Das ist kein Kampf auf Leben und Tod. Dann habe ich eine Lektion für dich, Jüngling. Regel Nummer zwei. Lege alle Lügen und Illusionen ab, denn sie hindern dich, stark zu werden. Diese Regeln sind uralt. Von Corio Durgalvent aufgestillt. Dennoch ist dies kein Grund, zum Tode zu kämpfen. Zweites Blut. Wie genau sind die Regeln ausgelegt? Das zweite Blut geht, bis der eine in Ohnmacht fällt, aufgibt oder eine schwerwiegende Wunde davonträgt. Oh. Heißt so viel wie, wenn jemand seinen Knochen vom Arme abgetrennt wird, gilt das Duell automatisch als beendet. Und derjenige, der den Arm beinahe abgetrennt oder vielleicht sogar vollständig abgetrennt hat, gewinnt das Duell. Wenn ich ihn aus Versehen töte? Dann können nur die Götter über euch richten. Cor. Cor urteilt. Ich nehme an. Sehr gut. Ich nehme auch an. Um dieses Duell zu einem ehrenhaften Zweikampf werden zu lassen, würde ich die beiden Kontrahenten auf Rondra schwören lassen, dass sie einen ehrenhaften Kampf fechten. Sind die Kontrahenten damit einverstanden? Aber natürlich. Einverstanden. Sehr wohl. Sehr wohl.